verstehe ich jetzt nicht aber ist voll in Ordnung ich komme doch nicht wieder an den Ober-Ober-Doch hallo, will ich gar nicht na okay doch na, ich wohne irgendwie, ne respekt so, wie müssen wir jetzt hier eigentlich questisch weitermachen ja kehre zu Elgort zurück oh Gott, es ist langsam reden, los naja, wir haben es gleich oh, oh, eine neue Nachricht von den ich habe immer wieder denselben Traum ich sitze in einer heißen, warmen Wanne und es wird immer wärmer dann mache ich auf, bedenkt vom Panzersekret ja, was für ein beschissener Traum hallo ja, bitte oh, schon erfüllt ich will wissen, was es damit auf sich hat ich meine, ja, ne oh oh, hallo hallo na klar man weiß nicht, wer Mysterion ist man weiß es nicht, man weiß es nicht oh, geht schrank oh, Tempo-Trank, war klar oh, dass wir umbringen, ist ja auch gar nichts so, wir müssen andersrum gehen lauuuuff ja, da raus, bitte und tschüss so, kann ich hier hinten noch was machen da oben ist oh, wie kommt man denn immer zu diesen beschissenen Dingern ich schreibe es nicht Karte benutze die Kuhglocke, um die Farmkuh zu finden aber die hatten wir auch schon mal benutzt ja, zumindest Slave könnten wir mal gehen gehen wir gleich mal durch den Park da haben wir auch noch was kaputt zu machen alles kaputt machen alles umlaschen hier oh nein, warte, wir machen es jetzt ganz toll äh, 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 äh toll oder? toll den, 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 den den den, den den so der ist ja toll ja, Mensch nö kann man hier noch irgendwas schönes ja ja mhm toll nein nein hallo wollen wir auch Freunde sein? voll geil und was mit uns? hallo 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 ja, klar wenn mich jemand Hure nennt, dann ist das mehr ein Witz, ne? ok hm ein paar der Kinder sind bereits da oh, Al Gore hat mir geschrieben so so ich hab schon wieder voll vergessen, wo wir hinwollen dint kann ich hier rein? ah hab ich's jetzt alle kaputt gemacht? juhu! gehen wir doch mal zu Mr. Sklave also kehre zu hunde was? toll, das freut mich wirklich, Al Gore ist die größte Überraschung für die heute, ja ok cool wohin soll ich jetzt zurückkehren? jaja 4 von 5 gehre zur Hundekacke zurück und bricht sie wer ist denn Hundekacke? ok, zwei Feen naaaah uh Simon Cornwellys Feen noch mhm, ja naja toll hallo mhm, Zugriff auf Beschwörungsgegenstände Beschwörungen sind Mächtenfähigkeit in Feinde wenn wir ausscheiden� Gegenspannen werden wir verbraucht geiiil ah, hallo Mr. Sklava ich hab auch eigentlich ein Paket für dich hab ich das jetzt schon wieder gut gemacht? das sollte nicht gewesen sein da ist es sehr schön, sweetie Oh, Elgor nervt ja. Warum sind wir mit dem auf Facebook befreundet? Was hat er diesmal gegessen? Ach ja, stimmt. So. Hallo, ich wünsche mir, dass ihr hier Unterhosen habt. Das wäre voll schön. Nein, leider nur ein Ankerbart. So ist die Fee eingerichtet hier. Und immer nur 12 Uhr. Ist ja herrlich wieder spammt, ey. Nein. Ha! Ich hab's ja kaputt gemacht. Ja, toll. So, was müssen wir jetzt machen hier? Wir müssen mit Hundehaufen reden. Ohne Kacke, Hundehaufen, wie auch immer der heißt. Gehre zur Hunde Kacke zurück. Oh, ach so! Das ist der Bruder von Kenny, oder was? Aha. Mann, uns fehlt auch noch eine Unterhose. Das macht jetzt wahnsinnig. Oh nein. Ha! Entfreunde Elgor. Wie macht man das? Wo ist es denn? Obdachlosen entfreunde. Verhindere das... Ja, aber wie? Toll. Kann ich den hier melden? Wenn ich den irgendwo finde, dann haue ich den einfach auf die Fresse. Oh! Oh, da ist ein Kind! Hallo! Aha! Das wäre schön. Jetzt muss ich nur noch eins suchen. Juhu! Juhu! Alter! Ja! Okay. Bööö! Hallo! Wo ist Hunde Kacke? Ich will mit Hunde Kacke reden. Wundhä Kacke wohnt doch hier, oder nicht? Wohnt der hier? Oh nein! Der wohnt... Oh Mann! Na, kaputt gemacht Kenny, jetzt weißt du gar nichts mehr. Oh, Ratengift. Classic. Eko hört nicht auf! Hallo! Jaja, du Junkie! So! Oh! Hundekacke. Der Du heißt Hunde Kacke. Lauf schneller! Lauf, Forrest! Lauf bis zu lange, dass ich gerne... Hä? Nochmal Karte gucken. Wir können doch hier jetzt nicht richtig sein bei Hundekacke, aber ist das jetzt Hunde Kacke? Hallo? Nein, das sieht aber schon, ich freut nicht. So, wo finde ich jetzt schon eine Kacke? Eine Kacke muss doch hier drin sein. Ahhhh! Ui! Wo ist er, wo ist er? Auch da, oder? Ja! Juhu! Ich bin mit Honekacke befreundet! Endlich! Ja moin, wie geht's euch denn? Mhm. Mhm. Juhu! 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 A flu! A flu! A flu! A flu! I could play! Fantastic Melody! I only had a flu! My Facebook says the rent is my selling money! You know what the rent is? I love to see if I buy that flu! Ja, dann geh ich jetzt zu den Enten und kauf dir ne Flöte, weil ich denn Bimbo bin, oder wat? Ja, okay, ich mach's, aber nur, weil du behindert bist. Ich bin echt gar nicht politisch korrekt, ne? Ich geb hier manchmal so Sachen von mir. Da könnte man ja fast behaupten, ich hätte ne ganz schön komische Einstellung, ne? Aber dabei bin ich einer der entspanntesten und friedliebendsten und nicht hassenden Menschen dieser Welt. Bin mal so eingebildet und betiete mich selbst so. Mach ich. Iyau, yau! Yau, yau! Yau, 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 yau! Ich hab ne Idee. So, mein großer Zauberer-Freund. Wir suchen jetzt Elgor. Hallo. Ja. Mhm. Mhm.